Als zweiten Baustein reden wir jetzt über Signaturalgorithmen. Was kann man damit machen? Das schauen wir uns jetzt an. Nur bereits so viel. Das hat nichts mit der digitalen Unterschrift bei einer Paketlieferung zu tun. Warum sind sie relevant für Bitcoin? Wir fangen an mit einem QR-Code. QR-Codes sind kameralesbar und können verschiedenste Informationen repräsentieren. Bei Bitcoin wird der QR-Code genutzt, um schnell und zuverlässig anderen Personen eine Bitcoin-Kontonummer mitzuteilen. Man nennt diese auch Bitcoin-Adresse. Hinter unserem QR-Code steckt also eine Bitcoin-Adresse. Hier dargestellt als kompakte Buchstaben, Zahlenkombination und Binärzahl darunter. Aber wieso kann man auf all das vertrauen? Womit ist die Sicherheit dieser Codes und der Bitcoin-Adressen garantiert? Diese Bitcoin-Adresse nennt man auch Public Key und funktioniert im Prinzip wie eine Kontonummer. Dieser Public Key ist Teil eines Schlüsselpaars und um das Schlüsselpaar zu vervollständigen, benötigen wir einen Public und einen Private Key. Der Private Key wird benötigt, um Bitcoin zu senden und um während der Sendung zu beweisen, dass man im Besitz dieser Bitcoin ist und sie auch ausgeben darf. Es gilt also den Private Key extrem sicher aufzubewahren. Er ist ähnlich zu einem Passwort. Wie generiere ich jetzt diesen Public und Private Key und wie kann man das so tun, dass der Prozess für mich sicher ist? Und wie schaffen wir es darüber, Gewissheit zu erlangen, dass dieses Bitcoin-Adresssystem wirklich sicher ist und funktioniert? Dazu machen wir einen Ausflug in die Mathematik. Ich versuche das so leicht wie möglich zu erklären. Vielleicht erinnert ihr euch zurück an die Schulmathematik, circa 11. Klasse und an die quadratischen Funktionen und zwar an die Parabeln. Y gleicht x² ist hier die einfachste Parabel. Etwas Ähnliches verwendet auch Bitcoin, nur eben sind es dort die sogenannten elliptischen Kurven. Rechts seht ihr eine Parabel auf dem Koordinatensystem. Diese kann man über die Parameter a, b und c in der Formel entsprechend platzieren, stauchen oder strecken. Parabeln sind immer spiegelsymmetrisch an der vertikalen y-Achse. Aber Parabeln sind für Bitcoin nicht relevant, sondern die elliptischen Kurven links. Die elliptischen Kurven sind sehr ähnlich zu den Parabeln, besitzen aber den wesentlichen Unterschied, dass sie um 90 Grad gedreht an der x-Achse horizontal gespiegelt sind. Das seht ihr an allen Beispielen in dieser Tabelle, die die Kurven mit verschiedenen Parametern darstellen. Auch bei den elliptischen Kurven kann ich mit den Parametern a und b spielen. Bitcoin nutzt eine Kurve, die in etwa so aussieht wie die hier hervorgehobene. Jetzt schauen wir uns diese Kurve etwas genauer an. Die spezielle Kurve, die bei Bitcoin genutzt wird, heißt SECP256K1 und war auch bereits unabhängig und vor Bitcoin bekannt. SEC steht hier für Standards of Efficient Cryptography und es steckt auch der Verweis auf 256 Bit drin. Also wie auch bei den Hashwerten nutzen wir hier einen unvorstellbar großen Zahlenraum. Diese elliptische Kurve reicht bis in die Unendlichkeit, ist sie ja an den Enden rechts offen. Da Computer aber nur mit endlichen Zahlen rechnen können, wurde diese Kurve mit einem sehr, sehr großen Wert begrenzt, dem Wert Rho. Die Formel hier oben spiegelt das wieder, müsst ihr euch aber nicht unbedingt merken. Jetzt wird auf Basis dieser Kurve noch eine spezielle Operation definiert. Und zwar, wenn eine Gerade durch einen beliebigen Punkt A und B läuft, dann schneidet diese Gerade die Kurve auch in Punkt C. Das funktioniert deshalb bei dieser elliptischen Kurve, weil bis auf eine Ausnahme bei 0 alle Geraden, die zwei Schnittpunkte haben, auch einen dritten Schnittpunkt haben. Das ist einfach so bei dieser Kurve. Wir nennen diese Definition Addition und sagen, wenn man A und B kennt, gibt es immer ein C oder einfach A plus B gleich C. Jetzt definieren wir noch eine Operation. Diese nennen wir Multiplikation. Hier fangen wir wieder bei einem Punkt A an und legen dann die Tangente an. Das ist, wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, die erste Ableitung. Diese Tangente schneidet die Kurve jetzt in Punkt B. Teil dieser Definition ist, dass wir diesen Punkt B jetzt an der x-Achse spiegeln, in diesem Fall nach unten. Diese beiden Schritte ergeben das neue Ergebnis, diese neu definierte Multiplikation und die nennen wir dann 2A. Also, die definierte Multiplikation ist Schritt 1, Tangente anlegen und Schritt 2, den Schnittpunkt spiegeln. Das ergibt 2A oder A plus A in dem Fall. Man kann das jetzt beliebig oft wiederholen. An 2A lege ich die Tangente an, um den Schnittpunkt zu finden. Dann spiegele ich über die x-Achse und finde damit 4A. Dort lege ich wieder die Tangente an, finde meinen Schnittpunkt und spiegle diesen wieder und findet somit 8A. Und das geht immer weiter so. Diese beiden Operationen, die Addition und die Multiplikation, sind also so auf dieser Kurve definiert. Wie auch bei den Hash-Funktionen sind sie sehr einfach und schnell durch Computer berechenbar. Aber für die Multiplikation ist es quasi unmöglich, den Rückweg zu berechnen. Auch nicht nach 30 Jahren Forschung. Man kann das nur durch Ausprobieren herausfinden. Wieso ist das so? Wenn ich meinen errechneten Endpunkt kenne, weiß ich aber noch nicht, mit wie vielen Multiplikationen er aus A abgeleitet wurde. Ich kann ihn zwar zurückspiegeln und ich kann auch wieder eine Tangente durch diesen Schnittpunkt legen. Aber ist das wirklich mein A oder muss ich noch öfter zurückspiegeln? Viele tausend oder Millionen Mal vielleicht. Gleichzeitig gibt es noch eine zweite Möglichkeit, beim Rückweg eine Tangente anzulegen, aufgrund der Beschaffenheit der Kurve. Das heißt, die Anzahl der Möglichkeiten steigt exponentiell auf dem Rückweg, damit jedem Punkt zwei neue Wege eröffnet werden. Wenn ich also A sehr, sehr oft multipliziere, dann ist die Umkehrung unendlich schwierig. Bei dem Zahlenraum, der hier genutzt wird, nämlich 256 Bit, ist der Aufwand so hoch, dass es mehr Energie verbrauchen würde, als im Universum zur Verfügung steht und länger dauern würde, als das Universum bis heute existiert. Jetzt dazu eine Praxisaufgabe, damit ihr euch das in der Anwendung für Bitcoin besser vorstellen könnt. Bitte probiert das nachher selbst aus in eurem Browser. Wir wollen jetzt einen solchen Punkt auf der Kurve erzeugen und damit einen Bitcoin-Public-Key erstellen. Dazu besuchen wir die Webseite bitaddress.org. Die Webseite fängt direkt an, aus eurer Mauszeigebewegung Entropie zu erzeugen. Das heißt, bewegt die Maus, bis die Seite ausreichend viele Zufallszahlen gesammelt hat. Wenn ihr auf Deutsch umgeschaltet habt, dann wählt aus Einzelnes Wallet bzw. die Webseite sollte darauf schon voreingestellt sein und euch eine Bitcoin-Adresse erstellt haben. Ansonsten klickt auf Neues Wallet erzeugen. Diese Adresse sind Zahlen, die üblicherweise als QR-Code dargestellt werden. Damit kann man das Smartphone zum Einlösen nutzen und vermeidet Fehler bei der Eingabe. Außerdem geht es schneller. Jetzt bitte ich euch auf die bitaddress.org-Seite zu gehen und das einmal selbst zu machen. So, damit habt ihr jetzt selbst ein Schlüsselpaar erstellt mit einer Bitcoin-Adresse und dem Private Key, eurem Geheimnis. Was verbirgt sich jetzt hinter diesem Private Key, hinter diesem privaten Schlüssel? Dazu schauen wir uns nochmal die elliptischen Kurven an. Alle Bitcoin-Adressen nutzen die gleiche Kurve, also diese SECP256K1, so heißt die. Und sie beginnen alle im gleichen Generatorpunkt. Das ist ein fester Punkt, der ist definiert und öffentlich bekannt. Und den benutzen alle gleich. Zusätzlich nutzen wir unsere 256-Bit-Zufallszahl, die bitaddress.org gerade für euch erstellt hat. Der Generatorpunkt wird jetzt mit dieser Zufallszahl multipliziert und zwar mit der Multiplikation, die wir vorhin für diese Kurve definiert haben. Daraus wird der sogenannte Public Key oder öffentliche Schlüssel erzeugt, wie man das hier sieht für Johannes F. Diesen öffentlichen Schlüssel können wir dann als Bitcoin-Adresse nutzen, ähnlich zu einer Kontonummer. Jeder Mensch oder ein Hardware-Wallet oder Zufallsmechanismen, die eine 256-Bit-Zufallszahl generieren, können diese einzigartigen Adressen erstellen. Das heißt, jedes Schlüsselpaar ist also einzigartig auf der Welt und hat es so noch nie gegeben und wird es aller Voraussicht nach auch nie geben. Die Mathematik der elliptischen Kurven in Zusammenhang mit einem extrem großen Zahlenraum stellen das sicher. So können Adressen dezentral verteilt werden, ohne dass man sich zum Beispiel für eine Kontonummer bei einer zentralen Bankinstanz registrieren muss. Das heißt, jeder Mensch auf dieser Welt kann sich eine oder mehrere gültige Bitcoin-Adressen erstellen, ohne um Erlaubnis zu bitten. Das ist nur möglich, weil die Adresserstellung auf Zufall basiert und in Bitcoin dezentral abläuft. Hier sieht man so einen privaten Schlüssel. Also das ist wirklich nichts anderes als eine Zufalls-Binärzahl mit 256 Stellen, hier unten dargestellt. Diese hätte man auch erstellen können, indem man 256 mal eine Münze wirft, Nullen und Einsen. Diese Zahl wird dann üblicherweise als Hexadezimalzahl darüber dargestellt. Wenn man dieses Geheimnis weiß, lässt sich daraus immer der öffentliche Schlüssel ableiten. Auf der elliptischen Kurve sind das zwei Koordinaten, eine y- und eine x-Koordinate. Diese sind jetzt aber noch sehr unhandlich, um sie jemandem mitzuteilen. Sie sind sehr lang und schwer lesbar. Wie kann man das verbessern? Da unsere elliptische Kurve ja symmetrisch ist, benötige ich lediglich die x-Koordinate, da der y-Wert ja gespiegelt ist. Bei Bitcoin wird jetzt die Information, ob die y-Koordinate oben oder unten ist, einfach als 0,2 oder 0,3 dargestellt und vor die x-Koordinate gestellt. Das sieht dann so aus. Aber wir können diese Zahl noch weiter komprimieren. Diese Adresse wird jetzt noch weiter gekürzt, zum Beispiel von einem anderen Hash-Algorithmus, dem RipeMD160 und unterläuft dabei auch noch einigen Integritätschecks, die sogar ein paar Tippfehler abfedern können. Am Ende kommt diese viel kompaktere Darstellung raus, die man als Bitcoin-Adressformat definiert hat. Trotzdem ist diese Zahl immer noch direkt aus dem privaten Schlüssel abgeleitet und immer noch mit Abstand ausreichend selten, dass es keine Doppelnutzungen von Adressen von Bitcoin gibt. Natürlich ist diese Adresse noch deutlich länger als eine Kontonummer im SEPA-Bankensystem. Das ist aber der Trade-off dafür, dass Bitcoin komplett unabhängig sein kann. Zum Schluss kann man diese Adresse jetzt noch als maschinenlesbaren QR-Code darstellen. Jetzt ist es in der Realität so, dass diese Adressen natürlich keine Personeninformationen enthalten wie beim Bankensystem, sondern dass einzig und alleine die Bitcoin-Adressen bekannt sind. Bitcoin-Adressen sind nach dem letzten Hashing also 160 Bit lang. Dadurch haben wir immer noch einen extrem großen Zahlenraum für mögliche Adressen, ausgerückt hier links als Zweierpotenz, als Zehnerpotenz und als ganze Zahl. Das heißt, wir haben eine Oktillionen mögliche Adressen. Diese Zahlen entsprechen ungefähr der Anzahl Sandkörner auf der Erde. Das sorgt dafür, dass es quasi unmöglich ist, dass Adressen doppelt vergeben werden können. Ihr könnt euch also darauf verlassen, dass eure Bitcoin-Adresse auch wirklich nur euch gehört. Wie kann man jetzt von einer Bitcoin-Adresse auf eine andere Bitcoin verschieben, also sozusagen eine Überweisung auf eine fremde Adresse beauftragen? Dazu muss man im Rahmen einer digitalen Signatur beweisen, dass man den privaten Schlüssel zu dieser Adresse besitzt, damit die Bitcoin dort freigegeben werden können. Deshalb nennt man das auch Signatur-Algorithmus. Dieses Signieren betrachten wir hier aber nicht im Detail. Als letzten Baustein schauen wir uns noch Peer-to-Peer-Networking an. Peer-to-Peer-Networking ist ein weiterer Baustein, der für Bitcoin wesentlich ist. Bitcoin hat sich hier viel von bekannten und funktionierenden Systemen abgeschaut. Peer-to-Peer-to-Peer-Networking ermöglicht es, dass Bitcoin-Überweisungen mittels digitaler Signatur nicht über eine zentrale Stelle aufgeben muss, sondern dass diese dezentral laufen, nicht zensiert werden können und nicht abgestellt werden können, sodass wirklich jeder teilnehmen kann. Damit ist auch gewährleistet, dass das Bitcoin-System sicher ist und immer funktioniert. Zusammengefasst hat Bitcoin also diese Grundbausteine genutzt, um digitales Geld abzubilden. Alle anderen Kryptowährungen, die nach Bitcoin kamen, nutzen im Endeffekt genau die gleichen Bausteine. Anders gesagt sind also die wesentlichen Zutaten von Bitcoin folgende. Wir benötigen Hash-Funktionen, die sicher sind, sowohl SHA-256 als auch RIPE-MD-160 und diese wurden noch nie geknackt. Dann brauchen wir asymmetrische Kryptographie der elliptischen Kurven, um Transaktionen zu signieren und Adressen, also sprich Kontonummern, sicher und dezentral zu vergeben. EC-DSA steht hier für Elliptical Curve Digital Signature Algorithm. Und wir brauchen Peer-to-Peer-Networking, um alles zuverlässig und dezentral zu gestalten. Also, das Rezept ist da und kann wirklich von jedem kopiert werden. Natürlich ist das Rezept von Bitcoin nicht so einfach wie für einen Apfelkuchen, sondern 400 Seiten lang und wurde bereits detailliert beschrieben, zum Beispiel in diesem Buch von Autor Andreas Antonopoulos. Klingt kompliziert? Ja. Aber es ist offen, transparent und für jeden nachvollziehbar. Das sieht man auch an den Tausenden von Kryptowährungen, die bereits die Konzepte kopiert haben, um davon zu profitieren oder Optimierungsideen ausprobieren zu wollen. Jetzt gibt es noch die Frage, wie soll solch ein kompliziertes System von 8 Milliarden Menschen verstanden werden? Es geht ja um ein dezentrales Netzwerk, in dem man niemanden zur Rechenschaft ziehen kann, wenn man einen Fehler macht. Und um dem System zu vertrauen, müsste man ja die Mathematik dahinter verstehen, oder? Die Antwort ist, das ist gar nicht notwendig. Als Vergleich schauen wir auf die Satellitennavigation. Auch hier wird komplizierteste Mathematik und Technik genutzt. Sogar in Teilen die Relativitätstheorie, die nur von wenigen Experten verstanden wird. Aber auch hier weiß man, dass die Details der Satellitennavigation kein Geheimnis sind und dass man sie theoretisch verstehen lernen könnte. Das machen aber nur die wenigsten und trotzdem vertrauen Millionen von Menschen dieser Navigationstechnik. Genau so ist das bei Bitcoin. Das Netzwerk wächst. Am Anfang tummeln sich dort sehr viele Experten. Aber es spricht sich herum und die Menschen fangen Stück für Stück an, diesem neuen Phänomen zu vertrauen.